Das Ferienhaus Falkennest, der perfekte Ort für alle Naturfreunde und Ruhesuchenden. Der neben dem Haus befindliche, weitläufige und romantisch verträumte Barockpark lädt einen zum Spazierengehen und Abschalten. Das Falkennest zeichnet sich besonders aus durch modernes Design, Eleganz und Funktionalität. Diese Wohnungen genügen selbst den allerhöchsten Ansprüchen. Hier bleiben keine Wünsche offen. Die großen Wohn- und Essbereiche bieten genügend Platz für gemütliche Abendessen mit der ganzen Familie. Ein außergewöhnliches Ambiente erwartet die Gäste hier. Und das mitten im Grünen. Die großen Terrassen mit Grillmöglichkeiten sind zum Garten hingelegen, einer grünen und idyllischen Oase. Der Entspannung und Erholung sind hier keine Grenzen gesetzt. Neben der hochwertigen Einrichtung sind im Ferienhaus Falkennest natürlich auch komplett ausgestattete Küchen selbstverständlich. Auch die Schlafzimmer sind, ebenso wie die Bäder, großzügig geschnitten und vermitteln das Gefühl von Eleganz und Weite. Eine entspannte Nachtruhe ist hier garantiert. Aber auch Sportfans kommen hier ganz auf ihre Kosten. Ein lohnendes Ausflugsziel ist zum Beispiel das traumhafte Städtchen Putbus mit seiner beispiellosen Architektur und dem herrlichen 75 Hektar großen Schlosspark. Dieser wurde übrigens bereits 1804 von Fürstmalte zu Putbus angelegt. Rügen, die Perle der Ostsee, ist nicht nur Deutschlands größte Insel, sondern auch die sonnenreiste und schönste. Neben vielen Sehenswürdigkeiten und Natur pur finden die Feriengäste hier 578 Kilometer Küste. Die schönsten Farben der Natur sind hier zu finden. Rügen ist wahrlich eine Reisewelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017